Der talentierte portugiesische Mittelfeldspieler Getzen Fernandes erregt nicht nur die Aufmerksamkeit von Besiktas, sondern auch von Bundesliga-Giganten, darunter Borussia Mönchengladbach. Bevor wir weitere Einzelheiten zu den Neuigkeiten verraten, hinterlassen Sie bitte Ihr Gefällt mir für das Video, um unsere volle Unterstützung für Borussia zu zeigen. Höhepunkte der Saison, die Brillanz von Getzen Fernandes in der aktuellen Saison blieb nicht unbemerkt. Der 24-jährige Spieler, der das zweite Jahr in Folge für Besiktas spielt, hat sich stets hervorgetan und eine Schlüsselrolle beim Erfolg des Teams in der Europa-Konferenz-League und anderen Wettbewerben gespielt. Getzens Dynamik und Können beeindruckten nicht nur die Besiktas-Fans, sondern weckten auch das Interesse internationaler Vereine. Beim Spiel zwischen dem FC Brügge und Besiktas am vergangenen Donnerstag waren Vertreter von drei Vereinen anwesend, um die Leistung des Mittelfeldspielers genau zu beobachten. Unter diesen Vereinen stechen zwei Bundesliga-Namen hervor, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Beide schickten Scouts, um Getzens Leistung zu bewerten. Das Interesse aus der Bundesliga zeigt, welche Qualität und welches Potenzial in dem portugiesischen Spieler gesehen wird. Trotz des wachsenden Interesses bleibt die Verfügbarkeit von Getzen Fernandes ungewiss. Der Spieler hat kürzlich seinen Vertrag bei Besiktas bis 2027 verlängert, und signaliert damit ein langfristiges Engagement beim türkischen Klub. Darüber hinaus hält Getzens ehemaliger Verein Benfica immer noch 50 Prozent der Transferrechte des Spielers. Da Getzen Fernandes mit Besiktas verbunden ist und einen kürzlich verlängerten Vertrag hat, wird jeder interessierte Verein vor einer großen Herausforderung stehen, sich seine Dienste zu sichern. Das Angebot muss äußerst lukrativ sein, um Besiktas davon zu überzeugen, auf eines ihrer Highlights zu verzichten. Und glauben Sie als Fan von Borussia Mönchengladbach, dass Getzen Fernandes eine wertvolle Ergänzung für den Kader der Mannschaft sein würde? Was würden Sie davon halten, dass der Verein Sie verpflichten möchte? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren mit und beteiligen Sie sich an der Diskussion über die Zukunft von Borussia.